Die wichtigste Frage ist sicher für jede Gruppe das Was, also die Stückwahl. Auf welche Weise die bereits erwähnten W-Fragen Wer und Wo bei der Entscheidung mit einfließen und welche sonstigen Dinge bei der Wahl des passenden Stückes zu beachten sind, sollen folgende Punkte erläutern. 1. Gruppengröße 2. Gruppenzusammensetzung 3. Interesse und Vorlieben 4. Rechtliche Voraussetzungen 4. María Voraus 5. Greater Voraus 5. Am東 Fleyas 6. Kannst du UT Vielen Dank.